So, eigentlich wollte ich ja die Hauptgeschichte weitermachen, aber Asandar hat ja eine Quest für mich. Das heisst, ich werde jetzt mit Asandar reden. Eigentlich ist ja das jetzt halt nicht chronologisch perfekt, meine Reihenfolge so. Also rein von dem Gebiets der Geschichte schon, aber Asandar kam ja viel, viel später ins Spiel eigentlich. Aber da er nun mal zu mir gehört, werde ich jetzt seine Geschichte auch voranbringen. Ich mache das jetzt einfach so. Also dann Asandar, mal schauen. Kollegin, ich möchte offenherzig mit euch sprechen, also nicht buchstäblich. Dieser Forschungsansatz hat nur dazu geführt, dass einige Strassenkinder in Schildwach traumatisiert wurden. Ich muss immerzu an meinen Widersacher denken, das zerfaserte Schicksal, das mich ersetzen will. Was denkt ihr Asandar? Mein Widersacher hat die Beschränkungen der anderen zerfaserten Schicksale irgendwie überwunden. Er ist sich seiner eigenen Existenz, seiner Handlungsfähigkeit und seines bösartigen Intellekts bewusst. Vielleicht hätte ich mehr auf die Warnungen dieses Dädra-Them hören sollen. Wie wollt ihr mit dem Widersacher umgehen? Ich will das alles ignorieren und hoffen, damit davon zu kommen. Doch was bei Zahnschmerzen klappt, gilt vielleicht nicht für extra-temporale Phänomene. Fahren wir mit unserer Arbeit am Schicksalsweberschlüssel fort. Voran zum Sanktum! Wir können zerfaserte Schicksale mit Hellsicht entdecken und Vorräte sammeln. Also, extra-temporale Phänomene nennt er das. Also, wenn er zu seinem Sanktum will, das war ja ein Auridon, glaube ich. Alles klar, gehen wir zum Sanktum. Wann immer ihr bereit seid, Kollegin, das Himmelswacht-Sanktum wird in der Zwischenzeit durch Kladderadatsch wohlbehütet sein. Hm. Hoffentlich erinnert er sich noch, wie lange man eine Tasse Orkuru-Rotbusch ziehen lässt. Sollten wir nicht den Widersacher verfolgen, statt euren zerfaserten Schicksalen? Ha! Das ist das Zeichen einer wertvollen Partnerschaft. Wenn Forscher so eng miteinander verbunden sind, dass sie gegenseitig ihre... Ähm... Frühstücksmahlzeiten zubereit, Sätze beendet. Genau! Wir haben nun lange genug zusammengearbeitet, dass ich das Gefühl habe, dass unsere Gefährdenschaft von Dauer sein wird. Ich leiste dieser Tage beste Arbeit an eurer Seite. Herausragende Arbeit sogar, wenn ich das so sagen darf. Was hat unsere Partnerschaft mit dem Widersacher zu tun? Ah, unsere Partnerschaft ist der Dreh- und Angelpunkt, mit dem wir dieses Mysterium zu Fall bringen werden. Der Widersacher bin in gewisser Weise ich, nicht wahr? Doch er hat keinen Zugriff auf unser intellektuelles Wechselspiel, noch auf unsere Erfahrung beim Überleben wilder Kämpfe. Und so werden wir obsiegen. In Ordnung, fangen wir mit dem Zufall bringen an. Lass mal schauen, wo will er jetzt genau hin? Gefährten, die Wehren des Widersachers. Asandar hat darum gebeten, dass wir weiter seine zerfaserten Schicksale erforschen. Der Arkanist will mehr Informationen über jene mysteriöse Wesenheit sammeln, die er als seinen Widersacher bezeichnet. Asandar meint, unser erster Schritt sollte sein, nach mehr zerfaserten Schicksalen hellzusehen. Das bedeutet, dass wir erneut sein Himmelswacht-Sanktum in Auridon aufsuchen müssen. Also dann, ja da ist ja gut ein Wegstrahl, ich bohre mich dorthin. Gut, laufen wäre ziemlich ein langer Weg. Auridon Himmelswacht. Ich finde es eigentlich noch cool, obwohl ja die Gefährten viel, viel später ins Spiel kamen. Ist das so ein bisschen eine Auflockerung irgendwie. Oder halt dann mal was anderes. Aber so bringe ich ja die Geschichte nicht durcheinander. Es sind ja einfach Gefährten, die ihre Geschichte haben. Und es ist ja auch noch spannend, hin und wieder mal etwas anderes zu erleben oder so. Und die kennenzulernen, vor allem. So, dann gehe ich mal da hinein. Jetzt sind wir wegen des Hellsicht-Rituals hier. Genau, jedes Mal verbessert sich unsere Fachkenntnis, was diese besondere Metamagie angeht. Die Verbindung zwischen dem Schicksalsweberschlüssel und den Entscheidungen entlang meiner Schicksalslinie wird stärker. Ich habe die Hoffnung, diesmal verschiedene Schicksalsstätten zu finden. Das Einzige, was ich nicht ganz kapiere, ist da, wo wir in der Alikar-Wüste waren. Sind das wirklich einfach zufällige Schicksale, die erscheinen, wie es hätte sein können? Oder waren das wirklich seine Vergangenheit eigentlich? Die Verbindung zwischen dem Schicksalsweberschlüssel und den Entscheidungen entlang meiner Schicksalslinie wird stärker. In Ordnung, fangen wir mit der Hellsicht an. Gladaradatsch hat das Sanktum für uns vorbereitet. Gehen wir hinein. Gut, jetzt das mit der Hellsicht bedeutet ja eigentlich halt... Gut, die Zukunft ist ja veränderbar. Das heisst, das muss nicht eintreten. Jetzt mal schauen. Keine Ahnung. Ich nehme immer hier den Seelenstein. Ich meine, ist jedes Mal ein Neuer wieder? Wieso nicht? Ich meine, ist jedes Mal ein Neuer-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir-Wir. Ich glaube, hier hat sich sonst nichts geändert. Ich glaube, hier hat sich sonst nichts geändert. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich spreche mit Asandar, aber ich kann ihn nicht auch jetzt. Noch ein Satz zerfaserter Schicksale. Hoffen wir, dass die etwas strahlender als die in Kosan Zed sind. Ich glaube, wir sollten in Steinfelle anfangen. Warum ist eines eurer zerfaserten Schicksale in Steinfell? Nun, wie wir in Kosan Zed erfahren haben, erscheinen zerfaserte Schicksale mit grösserer Wahrscheinlichkeit an Orten, an denen ich beträchtliche Zeit verbracht habe. Wobei ich allerdings nicht genau sagen kann, was ich in Steinfelle getan habe. Oh, bei Moras vielen Augen. Verdammt! Was ist das Problem? Ah, streng genommen ist das kein Problem. Doch mir ist gerade eingefallen, was ich in Steinfelle getan habe und woran wohl schwerwiegende Entscheidungen geknüpft waren. Ich hatte gerade als Feldforscher angefangen und lernte langsam meine Kräfte als Arkanist kennen. Meine Nachforschungen waren... ...fehlgeleitet. In welcher Weise? Ich trank einen halben Firkin Mondzucker und war vier Tage lang wach, während ich die Lehren von Vivek las. Damals hoffte ich auf neue Einsichten zu uralter Magie. Wie dem auch sei, wir wissen, wo wir hin müssen. Voran und weiter! Nach Ebenherz! Genau nach Ebenherz. Ich erinnere mich daran, meine Zeit in Steinfelle nicht gemocht zu haben. Doch es fällt mir schwer, mich zu erinnern. Warum? Das liegt wohl am Mondzucker. Reisen wir nach Ebenherz. Ich weiss, dass sich meine Zeit in der Region dort begann. Also ist das zumindest ein Anfang. Irgendein Hinweis darauf, warum wir nach Malabal-Thor oder in eine Dwemer-Ruine gehen? In der Tat. Malabal-Thor wird uns wahrscheinlich zu den Eileiden-Ruinen von Elias führen. Ich habe mehrere Monate damit verbracht, die Brunnen an solchen Orten zu typisieren. Ich bin mir weniger sicher, was die Dwemer-Ruine angeht. Ich habe Dutzende ihrer Konstrukte studiert. Könnte also überall sein. Nun, irgendwo innerhalb des angestammten Heimatlandes der Dwemer. Die Region, die man Morrowind nennt. Oder sonst irgendwo entlang des nord-nordwestlichen Arms ihrer Diaspora im Anschluss an das erste Konzil. Ah, aber ihr meinte das nicht wörtlich. Entschuldigt. Äh, die man Morrowind oder blablabla. Gut zu wissen. Ich glaube, ich muss gleich nissen. Ich will mich in der Zeit gerade muten, weil es ist unangenehm, wenn ich da ins Mikro nisse. Also dann geht es ab nach Steinferle. Aber das heisst, dort ist wirklich etwas passiert. Also dort hat er irgendwas gemacht oder so. Kann gut sein, dass ich dann halt eben nicht an alle Orte reisen kann. Aber eigentlich... Ja, mal schauen. Also Steinferle, Ebenherzen. Ich weiss eben auch nicht, ob man die Geschichte von den Gefährten mit jedem Charakter dann nachspielen kann. Oder ob das jetzt einfach eine einmalige Geschichte ist. Das weiss ich eben nicht. Keine Ahnung. Äh, irgendeine Taste wollte ich drücken, aber was war es schon wieder? Also irgendwo hier ist jetzt das oder was? Aha. Spürt. In meinem Geist schwimmen vage Erinnerungen, Kollegen. Gehen wir zur Metallwerkstätte am Südtor. Also am Südtor, also hier runter. Aha. Schicksalsfäden, genau wie die in Kozern Seed. Setzt den Schicksalsweberschlüssel ein und wir folgen ihm, wohin er uns führt. Auf der Brücke! Noch ein Faden! Je weiter nach Westen wir reisen, desto nervöser werde ich. Aber warum? Ignoriert die Soldaten! Wenn sie fragen, dann sind wir nur Magier auf der Suche nach, äh, Reagenzien. Geht! Deshalb habe ich Gänsehaut! Droik! Ich hasse diese Dinger! Ich finde es noch interessant, mal schauen, was jetzt so passiert. Wo ist der hin? Da! Ist das eines meiner zerfaserten Schicksale am Boden? Verstörend! Unheilverheißend! Dieses zerfaserte Schicksal wurde ausgehöhlt wie ein Hexenfest-Kürbis. Das war der Widersacher! Es muss wohl sein Ziel in der verlorenen Stadt der NATO-Tambu gewesen sein. Geht ihr auch das Schaben der Droik-Chitin-Panzer? Ich bin mir ziemlich sicher, ich höre es! Geht es euch gut? Ganz ehrlich, Kollegin? Nein! Ich gebe mir alle Mühe, mir mein sonniges Wesen und meine fröhliche Persönlichkeit zu bewahren. Ich könnte schwören, ich spüre Droikfangbeine auf meiner Haut. Und mein Widersacher? Was ist sein Plan? Das ist ärgerlich! Konzentrieren wir uns auf den Widersacher. Was will er? Will er Stärke demonstrieren? Nein, er ist ich! Das folgt einem Zweck. Er sammelt Macht. Doch mit welchem Ziel? Meine anfängliche Begeisterung für experimentelle Ergebnisse wirkt immer unangemessener. Wie erfahren wir mehr? Machen wir uns auf den Weg nach Malabal-Thor, zur Eileiden-Ruine von Elias. Ich habe vor Jahren etwas Zeit dort verbracht. Auch wenn es langweilig war, ist es doch wahrscheinlich der Standort meines zerfaserten Schicksals. Hoffentlich finden wir Hinweise auf den Plan des Widersachers. In Ordnung, reisen wir nach Malabal-Thor. Also das heisst, ähm, keine Ahnung. Irgendwie... Ich könnte mir vorstellen, dass er eben vielleicht Mondzucker konsumiert hat, irgendwie drauf war und hier abgelegen ist. Und dann vielleicht irgendein Troika hat ihn dann blödgesagt. Kann mir denn niemand helfen? Befummelt, blödgesagt. Pilze mag er auch nicht. Wenn ich Pilze einsammle, das findet er auch nicht cool. Jetzt ist eben die Frage, komme ich da hin? Zum Glück habe ich hier Häuschen, das heisst... Es kann ganz gut durchaus sein, dass ich dann... Mal schaue, mal... Je nachdem komme ich vielleicht dann nicht immer hin. So, ich habe gerade mit dem Atmen wieder Schwierigkeiten. Das kommt von dem Medikament. Also was ich sagen wollte, ist eben, dass ich vielleicht da nicht überall hinkomme, weil ich da die Gebiete noch nicht freigeschaltet habe. Ich habe aber ja einige Häuschen, das heisst, ich kann mich dann hinportieren. Oder wenn da andere Spieler von der Gilde sind. Oh man, jetzt komme ich da wirklich nirgends rüber. Echt jetzt. Komme ich hier nirgends direkt rüber? Ich teste das nochmal. Keine Ahnung. Wie gesagt, es wird wirklich Zeit, dass ich halt mal das ganze Zeug queste, damit ich auch weiss, wo man durch kann. Ist das da wirklich alles? Mit einem Berg unerreichbar oder so? Ich glaube aber, ich hole die Scherbe gerade. Ich meine, wenn ich gerade direkt auf dem Weg bin, wieso nicht? Das heisst, jetzt muss ich da den Wegschrein freischalten. Das heisst, nächstes Mal kann ich mich dahin teleportieren. Jetzt gehe ich einfach schön brav der Strasse entlang, damit ich möglichst nicht gestört werde. Nein, ich hätte da links unten einen Wegschrein gehabt, den ich importen könnte. Habe ich vorhin gar nicht bemerkt. Oder hat es das jetzt erst frei geschaltet? Höher. Okay. Ich glaube, hier müsste das jetzt sein, oder? Ha! Da! Ein Faden! Und sind das Meereselfen? Verdammte Piraten! Ich schaue die mal weg. Wenn die nachher raufkommen, dann stört das nur. Ah, ist das ätzend, wenn man was nicht atmen kann? So mühsam. Vor allem, wenn man da Streamed-Video macht und dann Geschichte erzählen wird. Da! Noch ein Faden! Oben an der Spitze der Ruinen! Kann sich dann wieder jemand drüber aufregen? Da! Noch ein Schicksal! Aufgezehrt und vergehend! Setzt bitte den Schicksalsreberschlüssel ein! Also, die sehen alle aus, so wie Holzfiguren, oder so? Irgendwie, keine Ahnung. Die sind so wie ausgehöhlt, oder? Keine Ahnung. Kann man denn nicht mal in Ruhe questen hier? Was ist denn da los? Der Widersacher war eben hier. Wir können ihn verfolgen. Ich konstruiere eine Rune des Suchens. Scrutinaro Exploratum. Er ist schlau. Aber ich bin schlauer. Dieses Portal sollte uns geradewegs zu ihm führen. Das heisst, ich werde hier alles, wie gesagt, ignorieren und direkt deine Geschichte machen. Jetzt bin ich in den Wardenfällen, okay. Nechulev Tinkt! Natürlich! Das dritte Bild aus unserer Hellsicht war Nechulev Tinkt! Was ich jetzt aber trotzdem noch mache, ich hole mir hier den Wegschrein. Ihr da, Abenteurerin! Damit ich dann, falls ich nochmal hier hin müsste, direkt hin porten kann. So, jetzt ist der freigeschallt. Und nein, ich werde die Geschichte von ihm da nicht machen. Ich mache wirklich jetzt nur Asandar. Ansonsten habe ich wieder das Problem, dass ich dann... Wo liegt denn das Problem? Es ist durchaus möglich, dass gefährliche Artefakte darin noch aktiv sind. Die meisten wissen nur nicht, wie man sie einsetzt. Doch ich weiss das, was mit grösster Wahrscheinlichkeit heisst. Dass er auch weiss, wie man sie verwendet. Wenn er hier ist, um meine Schicksalsweberforschung zu erweitern, denke ich, dass wir ihn in der armetrischen Intervallkammer finden werden. Sie liegt im Herzen der Ruine. Seid bereit für einen Kampf. Ich habe darauf geachtet, nicht aufzufallen. Doch gemeinsam werden wir vermutlich Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Verstanden. Machen wir uns zu der Kammer auf. Gehen wir hinein. Wir müssen den Widersacher erreichen, bevor er etwas Katastrophales oder Kataklysmisches anstellt. Und ich melde Anspruch auf alle Seelensteine an, die wir finden. Warum ist dieser Ort so wichtig? Was ist seine Verbindung zum Schicksal Weber? Dieses Konstrukt ist der Ort, an dem der Schicksalsweber-Schlüssel in meinen Fokus rückte. Das uralte Wissen der Dwemer, vermischt mit meiner weissglühenden Forschung. So, ich musste mal die Nase putzen. Also, in meinem Fokus rückte, das uralte Wissen der Dwemer, vermischt mit meiner weissglühenden Forschung. Das uralte Wissen der Dwemer, vermischt mit meiner weissglühenden Forschung. Der Schicksalsweber-Schlüssel nutzt Dwemerische Elemente. Oh nein, nicht direkt. Aber Dwemerische Klangarchitektur war die letzte Inspiration, die ich brauchte, um das Problem zu lösen. Sie führte mich direkt zu meinem Verständnis des Schicksalswebens. Und damit zu unserer aktuellen Situation. Was ich nicht ganz kapiere, für was hat er das gemacht eigentlich? Also, nur aus Forschungszwecken? Oder wollte er da irgendwas kreieren? Also, ich meine, er und die Kollegen haben ja daran geforscht. Die Kollegin ist ja dann gestorben, wegen dem Mist. Und er ist ja eigentlich auch kurz davor, sein Leben zu verlieren, wegen dem. Schicksalswebens. Gut, gehen wir hinein. Mal schauen, was uns erwartet. Keine Ahnung. Wo bin ich jetzt eigentlich genau? Ah, da oben. Weiss nicht. Da war ich, glaube ich, mal, als es so ein Event gab. Irgendwann, glaube ich, mal drinnen. Aber das ist auch schon, keine Ahnung. Momentchen her. Sieht aber noch schön aus, auf dem ersten Blick. Ist halt alles so überwachsen und so. Einmal zog ich ernsthaft in Betracht, die Mysterien der Dwemer zu untersuchen. Ich entschied mich dagegen, als ich andere Forscher auf diesem Feld traf. Was für ein schwerfälliger Haufen. Ah, hier hat es gerade einen Himmel, Scherb. Oh, okay. Also, in die Richtung muss ich jetzt durch. Oh, okay. Und noch mehr? Nein. Eine meisterhafte Truhe, ok. Das ist das höchste der Gefühle, die es gibt. Noch höherwertiger als das gibt es nicht. Schon noch beeindruckend gemacht, oder? Das hat ja auch Vorteile, wenn man unheilbar krank ist und Schmerzen hat wie Blöde. Das heisst, man kann am Abend wunderbar... Ach scheisse, jetzt ist mir da die Dwemer Spinne... Warte, ich muss nochmal einen Screenshot machen. Genau so. Ich schaue eben immer, dass ich einen Screenshot mache, damit dann den Lebensbalken ausschalte und die Namensanzeige... Ich frage mich gar, was das da ist. Dies ist eines von sieben Teilen für die Runenkiste mit einem Dwemer Theodoliten benutzen, um die gleichnamige Errungenschaft voranzubringen. Noch nie gehört, noch nie erhalten, beinahe. Ich hatte ganz vergessen, wie ausgedehnt diese Anlage sich anfühlt. Entworfen, um einzuschüchtern sicher, doch auch aus praktischen Gründen. Erahnt ihr den Maßstab der Mechanik hinter diesen Mauern? Erahnt ihr? Erahnt ihr? Was ich vorhin sagen wollte, es hat seine Vorteile, wenn man immer in der Nacht spielt. Jetzt ist ja in der Nacht um 3 Uhr. Dann hat es nicht so viele Spieler, dann kommt es eher so rüber wie ein Einzelspielerspiel. Von dem her, wenn man nur questet, ist das eigentlich praktisch. Nein, hier gehe ich wieder zurück, jetzt habe ich kurz die Orientierung verloren. Hier muss ich weiter. Dank den Medikamenten hat man Gehirnstörungen, das macht das Abenteuer viel aufwendiger und realistischer. Man läuft plötzlich rückwärts, vergisst Sachen, wunderbar. Ja gut, ich darf mich ja nicht beklagen, immerhin kann ich wieder spielen. Ohne Medi würde ich ja jetzt nicht hier sitzen und spielen können, das muss ich auch nicht vergessen. Okay, jetzt habe ich wieder so ein Ding bekommen. Unter was ist denn das, warte mal, was das ist. Das ist jetzt aber ein bisschen blöd, wenn ich das nur hier erhalte und wenn ich nachher wieder rausgehe. Ich habe jetzt keine Ahnung, wohin muss ich jetzt eigentlich, also es gibt Dungeon nur den Weg dort hinein, okay. Okay. Achtet auf diese Fallen, Kollegen. Selbst wenn sie recht schlicht sind. Ja. Es gibt schon mal alles, oder nicht? Es gibt schon mal cool alles, oder nicht? zugeben. Also da unten noch ein paar Schlammkraben. Dann Nedge. Okay, was machen denn die da? Ich bin schon noch auf dem richtigen Weg oder ich glaube schon. Das ist ein Butterwarrer. Ein Argonia. Er war anscheinend nur da am Fischen. Also optisch ist das noch eindrucksvoll hier unten, aber scheint nicht gerade nett zu sein hier der Ort. Irgendwie hat da überall etwas, das dich töten wird. Bin ich noch am richtigen Ort? Also darüber müsste ich jetzt gehen. Würde ich jetzt hier questen, würde ich natürlich jeden Winkel angucken. Aber das mache ich dann, wenn ich hier bin. Ich weiss jetzt aber nicht das Zeug, das ich da aufgesammelt habe. Oder das, was hier gehört. Oder das Teil, das man da sammeln kann. Ob ich das halt jetzt verkaufen will und dann sammeln will, wenn ich hier bin. Ich weiss auch nicht, was das genau bringt oder macht. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Es lohnt sich, wenn man merkt, man hat zu viel Schaden drauf und man macht nur Quests. Dass man dann sagt, man macht irgendeine Leerenrüstung oder so irgendetwas. Damit man eben nicht mehr so viel Schaden macht. Damit man eben nicht mehr so viel Schaden macht. Jetzt habe ich eben wieder so ein Teil bekommen. Ich weiss jetzt nicht, ob ich da wirklich sieben Teile bräuchte. Und ich habe jetzt schon drei. Das gibt mir nur eine Errungenschaft, wenn ich das zusammensetze. Bin ich aber doch neugierig geworden. Ich kann ja mal schauen, wie lange das jetzt noch geht, so ein Abenteuer. Sonst bin ich wirklich am überlegen, das schnell zu machen. Also anscheinend gibt es ja das relativ schnell. Ordensbruder, Adelar und Renduril, der Hammer. Okay. Ich muss sagen, so Ruinen und Gewölbe etc. verliessen oder wie sie auch immer heissen. Gefallen mir die zu erkennen. Also ich weiss nicht. Nein, ich wollte ja die Türen öffnen, aber es ist ja auch gut. Ein bisschen Fischermaterial. Hä, das ist aber ja riesig, das hier. Erreicht die ammetrische Intervallkammer. Kammer, okay. Die Kammer ist nun nicht mehr weit. Hoffentlich können wir das Ziel des Widersachers entdecken, bevor er es erfüllt. Ich wollte gerade fragen, hä, was machen denn die da unten? Hier hat es mehrere von denen. Ich meine, wenn man bedenkt, so eine Ruine ist doch eher... Hier hat auch jemand übernachtet und so. Geh mal da runter, die erwarten mich ja schon. Geh mal da runter. Geh mal da runter. Geh mal da runter. Hier gibt es noch einen Sohn. Geh mal der Augen der Augen. Wir können entdecken, da mit ein Geh-Gonamm. Geh mal da runter. Geh mal das und Geh-Gonat nicht mehr. Geh mal der Geh-Gonat nicht mehr, lange Animal Heilt mich! Scheint irgendein Boss gewesen zu sein, hm? Ah, dann ist es Zeit für Tee. Oh! 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 Also jetzt könnte man hier runter hineingehen. Schon noch eindrucksvoll gemacht? Ja gut, eigentlich bin ich total vom Weg abgekommen, also nicht ganz komplett, ich wollte nur kurz reinschauen. Aber ich denke, das ist jetzt mal einer von den grössten, die ich so erlebt habe, da. Ähm, also hier hoch kann. Ich bin verletzt! Also das sind schon recht viele da von den grossen Falsen, was auch immer, ob das eine Wilde ist oder die Bösewichter von diesem Gebiet, keine Ahnung. Noch nie gehört von denen. Also dann gehen wir jetzt mal da rein. Er ist hier! Wir beide sahen die Macht, das Potenzial, die Chance, uns die Stärke geringerer Geschöpfe zu nehmen. Ihr verweigert euch eurem Wesen! Ich bin jener Teil von euch, der den wahren Weg zur Macht kennt und wir werden uns wieder treffen! Verdammt! Verschwinden wir von hier und unterhalten uns! So wie es aussieht, gibt es hier kein Portal oder einfach wo man so schnell mal wieder zurückkommt. Also da die Teile, wo man da sammeln kann, das würde mich jetzt schon noch reizen. Ich habe Bock, vielleicht kommt man hier raus. Ja gut. Ah ja, man kommt hier direkt hinaus anscheinend. Hier rein kann man aber nicht gehen. Das heisst, ich bin jetzt irgendwo da hinten hinausgekommen? Was will der Widersacher? Mich löschen, mich ersetzen und die Macht seines dunklen Schicksalswebers auf unsere Welt loslassen. Kollegin, Wissen war die Gabe, die es mir erlaubte, allein loszuziehen, um Nirn und noch mehr zu bereisen. Es derart pervertiert zu sehen, macht mich krank. Warum bringt euch das so sehr auf? Weil er ich ist. Er ist der Asandar, den ich an meinen schlimmsten Tagen im Spiegel sehe. Der Arsch, mit dem ich in den dunkelsten Stunden der Nacht ringe, wenn mich Forschung, Reisen und Tee nicht ablenken können. Was möchtet ihr unternehmen? Ihm ein Ende machen. Doch das ist leichter gesagt als getan. Mit der Stärke, die er nun gewonnen hat. Wer weiss, wozu mein Widersacher in der Lage ist. Ich werde mich mit all meinen geistigen Kräften in diese Forschung stürzen, Kollegin. Ihr habt mein Wort. Ich werde hier sein, sobald ihr bereit seid, euch dem Widersacher zu stellen. Ich erwartete auch nichts anderes und bedenkt unsere Leistung. Wir konnten bestätigen, was das Ziel des Widersachers ist. Wir haben ihm die Intervallkammer verweigert und ich erkenne endlich die ernsten Folgen meines Handelns. Nehmt fürs Erste dieses Entgold mit meinem ausgesprochenen Dank. Okay. Brief von Asandar. Ein Brief von Asandar Al-Tibiades. Vermutlich persönlicher Natur, den ihr in eurem Zuhause aufbewahren solltet. Einrichtungsart, Lesematerial, Einrichtung. Wird beim Aufheben gebunden. Okay. Ihr wollt euch auf ein Wortgefecht einlassen? Die Wehren des Widersachen waren das, ja? Eine angenehme Ablenkung, natürlich. Wie denkt ihr über unsere Freundschaft? Bis zum jetzigen Zeitpunkt habe ich keinen Grund, unsere Zusammenarbeit zu bedauern. Sprechen wir über etwas anderes? Ah, ja. Ich bin hier. Für euch Kollegen, jederzeit. Erzählt mir etwas über euch. Ich hasse, da es mir an einem gelehrteren Begriff mangelt, eklige Kreaturen. Wisst ihr, stinkige Monster wie Oger, Harpüien, Trolle. Und ich will erst gar nicht zu Droig, Schaurussen oder Schlammkrabben sagen. Diese kleinen Zangen, diese funkelnden Knopfaugen. Echtes Albtraumfutter. Okay. Mitwirkender, Mitarbeiter, Gefährt? Also das heisst, er ist jetzt Stufe 15. Asandar zählt eure Zusammenarbeit zu den Besten in seiner ganzen Karriere. Okay. Dann lese ich mal den Brief, den ich jetzt von ihm bekommen habe. Kann man den lesen? Der Vorschau. Nein, kann man nicht lesen. Aha, wahrscheinlich kann man ihn erst lesen, wenn ich ihn aufgestellt habe. Denke ich jetzt mal. Weisst, ich müsste in mein Häuschen reisen irgendwo und das aufstellen. Aha, hier war der Eingang. Und dort kommt man raus. Wenn man... Aber ich gehe jetzt da nicht nochmal hinein. Ich weiss jetzt halt nicht, was ich mit dem Zeug da machen soll, das ich da bekommen habe. Entweder verschenke ich es, verkaufe ich es oder... Ja. Weil ich meine, bis die Geschichte mich hier hin zurückführen wird. Das wird... Keine Ahnung wie lange gehen. Ich weiss es nicht. Das war jetzt auf jeden Fall ein Abenteuer mit ihm. Das heisst, ich reise jetzt wieder zurück nach Deschan. Und mache dort weiter, wo ich eigentlich aufgehört habe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt noch eine Quest kommt. Und dann ist wahrscheinlich seine Geschichte zu Ende, denke ich mal. Ähm, Deschan. Okay, Deschan, Deschan. Das heisst, ich gehe jetzt wieder von der Seite da rüber. Weil sonst bin ich... Am falschen Ort dann. Also, ne, da unten war ich ja. Ja, he. Dann geht es danach... Hier runter, okay. Ich denke, ich mache zuerst hier mal das Gebiet. Oder soll ich mal da reingehen? Ja gut. Ich weiss nicht, ob mich da irgendwas reinführt. Oder ob da eine... West reinführt. Keine Ahnung. Ich denke, ich werde mal da mit dem nackten Nord reden. Gehe dann... Und dann mal schauen, was passiert. Ja, ich denke, ich mache so... Ich weiss nicht, ich werde entweder die zwei, drei Quests mal annehmen. Mal schauen, ob es mich da reinführt. Ich habe keine Ahnung, wie jetzt das genau geht. Aber hier beim Schmied zeigt sie mir auch nochmal eine Quest. Ist das dann... Ist das dann später, oder? Eierlaufen. Gut, das sagt mir halt das Addon, das... Also das Addon, das ich da installiert habe, zeigt die Quests an. Sonst würde ich ja das nicht finden. Glockenzeh, dass das die K Montage ist. namely das denn dann, wie schmied das Wasser die Knie wirklich wachsen. Also das hier ist das holiday nicht, wie sie das noch mal vor ihr. So, dass die Knie, wie es ein bisschen was englesteht. denn das Gesetz wird dort hier. Und es geht nicht mehr so schnell! Vielen Dank.